Willkommen zu einer Summon Session, ihr MJ, ich erinnere mich an den Namen, so, SWC Scrolls haben wir, das heißt wir wissen so ungefähr was er haben will, Joe & Ciara, Geni, Wind, Panter Savannah und Chong-Pung, okay was haben wir sonst irgendwie, also 2 SWs, 4 so, möchte gerne LD Legendary Scrolls, 17 richtige Legendary, 19, 6, 25 LD Scrolls, paar Elemente und 211 Missiles, na gut und ein Blessing haben wir auch eines, poppen wir hoffentlich gleich, Jojo, na gut, ja, viel Glück und so, danke schon mal fürs machen und so, ihr wisst ihr, Summons mache ich natürlich immer gerne auf und so, bin schon gespannt was endlich zu Weihnachten, also halt so Weihnachts-Packs mäßig abgeht, ich weiß nicht, ich schätze mal es wird wieder halt irgendwie so eine Transcendence oder irgendwas sein, dann werden die Giveaways machen, aber irgendwie würde ich schon wirklich einfach mal hoffen auf so eine LD Net5 Scroll, ja, aber keine Ahnung, ich glaube das wird wirklich irgendwie, ja, Wasser Cannon Girl, vielleicht ziehen wir ja Bella gleich, ja, irgendwie so eine maximal irgendwie eine, ja, 4 Star LD Scroll, irgendwie sowas, aber das wäre dann irgendwie auch ein bisschen, bisschen zu wenig, irgendwie so meiner Meinung nach, im Vergleich dann halt wirklich mit einer Transcendence Scroll, wo du wirklich ein Net5 bekommst, na, zu Weihnachten glaube ich, sind wir irgendwie so bei, ja, bei 300 Pieces irgendwie halt, na, wenn wir jeden Tag fleißig, waren die Days gemacht hat, bei mir sollte es irgendwie ausgehen, so was haben wir da, drittes Lightning, okay, eine Sophia, habe ich zwei gebaut, jetzt wegen dem Giants Team, komplett useless hier, ja, ich will einfach wirklich hier, ich, keine Ahnung, ich will halt einfach nur noch LD Units halt, ne, das ist halt, es gibt halt irgendwie nicht mehr viel, wobei ja heute so ein Teaser rausgekommen ist, von zwei neuen Units, die ich wahrscheinlich auch erst bekommen, ja, nächstes Jahr zu Weihnachten, man überhaupt, ne, ich bekomme irgendwie immer alles erst irgendwann, wenn es genervt wurde und eh keiner mehr braucht und keiner mehr spielt, bin gespannt, irgendwie, ich dachte irgendwie vielleicht am Anfang, dass es irgendwie neue Second Awakens sein werden, aber, ja, glaube ich, irgendwie jetzt im Nachhinein auch nicht mehr einfach, ja, Second Awakens im Vergleich zu neuen Net5s macht halt einfach keinen Sinn, weil Second Awakens kein Geld bringen, halt, ne, deswegen halt, ja, werden es ziemlich sicher halt irgendwie neue Net5s sein, schauen wir mal, was die irgendwie können, ja, so, was haben wir, okay, Lightning haben wir auf jeden Fall, Lightning Rate ist ganz okay, glaube ich, da war, ziemlich durchschnittlich, okay, bisschen besser geworden, geworden, aber so ein Windfish, vielleicht der für Molly-Skillabs oder so, ich hätte auch so gerne natürlich eine Molly hier, ich bin überhaupt irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwann muss meine Durststrecke, sag ich mal, so vorbei sein, ich, ich weiß gar nicht wirklich, mein letztes Net5s, das ich gezogen habe, bei Hagen, bis auf jetzt irgendwie halt Nana von den SWC-Scroll-Packdingern halt, ja, aber ich schwöre, ich, ich weiß nicht, ich hätte wirklich gerne so einen Counter einfach, also ich gehe wirklich davon aus, dass ich halt, ja, in Zukunft nochmal so, 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 zwei, drei, vier Net5s oder so hintereinander ziehe, aber, ja, was haben wir da, oh, back-to-back Lightning, blessing, noch ein Joker, ja, keiner braucht euch, ja, komm ey, Funnet5s, ja, aber scheit auf Mystical Scrolls, scheit auf, eigentlich ist wirklich so, einfach nur noch LD-Scrolls halt, ne, das ist irgendwie so das Einzige, was so, ich meine, okay, er braucht halt auch noch genug Units, halt, wenn das Yara Windependent sowas halt, ist halt schon geil, ne, habe ich halt alles schon, doppelt sogar schon, doppelt und dreifach, ja, so, blessing, was hat er tried, also sogar so enttäuschend, dass irgendwie Luna jetzt irgendwie doch nicht so useful ist für mich, ja, nachdem ich dieses, äh, Giant-Team gebaut habe mit dem Demon halt, ne, läuft eigentlich gut, muss ich sagen, also, habe ich gar nicht gedacht, dass irgendwie so, so machbar ist irgendwie für mich, weil meine Trick-Arrows halt übelst scheiße sind, ne, so, dann geht's schneller, Problem ist halt leider immer noch an den, dass die die scheiß Luzschneier irgendwie, zumindest in PVE hier, macht doch irgendwie wirklich perfekte Luzschneier im PVE einfach, dass er immer wenn Reddy irgendwie ist, im dritten Skill-Used, he, ich glaub, ich glaub, da wird's überhaupt niemanden geben, der irgendwas dagegen hätte, aber, ja, ich hätte auch nichts dagegen für so einen Button, he, alle, rein, aber, he, so, wo sind wir, 105 Mysticals noch, ja, Hälfte, glaub ich, haben wir, ne, Hälfte haben wir, ne, nur Müll dabei, he, aber gut, Mysticals, irgendwie, Mysticals sind wirklich so, schon so langweilig geworden, halt einfach, ne, so, so, ja, okay, so, keine Ahnung, he, irgendwie so einfach die, 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 die Arbeit halt, ne, und danach kommt irgendwie so das Vergnügen halt, ne, mit LD-Scrolls und Legendary-Scrolls und SWC-Scrolls, ich würd gern wissen, ob die, ich würd's wirklich gerne wissen, wie's die, die wirklichen Wale machen, ne, ob die jetzt wirklich hergehen und unendlich sammeln, dafür, dass sie dann eben Dupes kriegen und die dann eben, die Dupes eintauschen in Kristalle und die wiederum eintauschen für LD-Scrolls, das, das würde mich irgendwie, aber, glaub ich irgendwie auch nicht, okay, Back-to-Back-Lightning, wie schon was, soll der Scheiß, he, warum können wir da nicht mal ein paar Net-Fives poppen, he, man muss irgendwie auch, with Zah, also, keine Ahnung, he, ich glaub, irgendwie nicht, dass das wirklich Leute machen, Premium-Packs ohne Ende kaufen, dafür, dass sie irgendwie Net-Fives ziehen, diese dann feeden und, was kriegst du, 300 Crystals, ne, Pro-Net-Five und 90, glaub ich, kostet eine Scroll, also Pro-Duped-Five, drei LD-Scrolls, na, bist du verrückt, hier, andererseits, okay, wenn ich Kohle ohne Ende hab, dann hab ich sowieso irgendwie so zwei China-Fahrner in den 12 Stunden sitzen, äh, 12 Stunden Schichten unten irgendwo im Keller oder so sitzen, dann ist eigentlich eh wurscht, ne, aber dann kann ich genauso irgendwie Shop-Refreshes machen, also das geht, glaub ich, irgendwie noch schneller und ist, glaub ich, sogar billiger, he, aber... keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben, irgendwie über dem Shop, aber bitte... Ah, Angelion, he, was ist da, kriegen wir wirklich keinen Scheiß-Net-Five hier, 210 Scrolls, glaub ich, jetzt, oder? Auch nicht. Auch nicht. Bin gespannt, vor allem, wann die Scheiß-Packs kommen, ja, das ist das siebte, schätzt man echt so spätestens nächste Woche, oder irgendwie sowas, ne? Ich hätte gern wirklich einfach so ne... Ist wirklich, ist irgendwie so zu viel verlangt, ne? Wirklich ne LD-Net-Five-School, und dann auch noch, wo man sich irgendwie ein Monster aussuchen kann. Okay, ich wüsste eh wahrscheinlich, 90% nimmt Chiana, ne? Aber... Okay, das wäre schon... Das wäre schon leicht. Also wirklich ne... ne Scrolls, wo sie ein LD-Net-Pipe dann auch noch aussuchen könntest. Okay, das wäre schon echt übertrieben, ja. Aber ich will unbedingt Scheiß-Net-Five-Schools haben, ich schwöre. Ich hätte so gerne ne... ne fucking Net-Five-Schools, he? Einfach halt wirklich wegen RT, einfach nur, ne? Sonst eh... Was brauchst du sonst noch? Einfach halt wegen RT. So. Ich glaube, das wird irgendwie nichts, da, he? Gutes Zeichen, oder? Oder schlechtes Zeichen? Letzten 20 Scrolls. Ich glaube, unser Ding ist schon auf... Okay, ne ist doch noch nicht voll. Aber kann man nicht wirklich in 10er-Packs auch machen, in den Mystical Scrolls. Naja. Wäre ja auch Vater. über Monate oder was irgendwie sparen und dann in... zwei Minuten durch sein. Und dann voll irgendwie enttäuscht sein. So. Lightning, komm her. Naja. Kann ja nur besser werden, ne? Kann ja nur besser werden. Ich meine, Lightning Rate war eh nicht. Lightning Rate, glaube ich, war ganz ordentlich, ne? Hätte... Hätte... So, wir haben ja noch ein Haufen... Ein Haufen Elemental Scrolls auch noch. Na gut. Mittlerweile gibt es auch übelst viele Scrolls zum Kaufen, halt. Ne, Gilden Shop und so haben sie ja irgendwie gebackt. Oder genervt halt, ne? Jetzt bräuchte man irgendwie noch mehr Gildenpunkte, dass du ja wirklich irgendwie... Ja, alles kaufen kannst du irgendwie die Woche, ne? Oder irgendwie so LDPs irgendwie reduzieren, oder keine Ahnung, ne? Der LDPs shoppt, da ist ja auch lächerlich, he? Drei... Drei Net Force Feeden für fünf LDPs, he? Habe ich zwar jetzt ein paar Mal gemacht, aber... Naja. Keine Ahnung. So, 30 Win Scrolls, auch nur Scheiße, he? Ich schwöre, das liegt an dem Scheiß-Skin, he? Ist voll verpackt, das Ding. Bist du verrückt, he? Und die letzte auch nix. Super. Oh, was ist das groß? Okay, Lightning. Okay, Back-to-Back-Lightning. Erstes gibt es ja nicht, he? Bei mir auch, ich schwöre wirklich... No, Ryan, he? So viele Scrolls schon gemacht, und... Ich sag ja, bei mir auch irgendwie... Keine Ahnung, hier, irgendwann... Back-to-Back-to-Back-to-Back... Net-Five oder so'n Scheiß. Okay. Waster Scrolls... Laufen besser, irgendwie, aber... Hier auch nur lauter, crappy Waster Units, hier. Aber ich glaub, Waster wollte irgendwie eh nix, he? Schönstens, da war nix in der SWC Scroll drinnen. So, letzter Waster Scroll, auch nur Scheiße. Jesus, he? Wenn wir mit Feuer durch sind, sind wir gleich bei ungefähr 300 Scrolls so in die Richtung, he? Kann ja wirklich... Kann ja wirklich nur besser werden. Okay, Lightning... Okay, Lightning... Trever... Okay. Er ist schon... Er ist schon runterdurchschnittlich schlecht, he? 300 Scrolls, nicht 1 Net-Five, hier, normal... Alle 200 Scrolls, sagt man so, ne? Aber gut, es ist wirklich... Ja... Es gleicht sich irgendwann wieder aus, also... So, was machen wir hier? Ja, Legendary Scrolls, ne? Also, da kommt jetzt irgendwas, ich schwebe bei Gott, wenn ich dann... Ticket schreiben und Account roll back, hier, und nochmal mich auch machen lassen. Ja, ich schwör... Okay, Cammy und Belonius. Irgendwie hab ich so ein Gefühl... Belonius, Bel... wo ist er hier? Scheiße. Double Scheiße oder? Chemie? Chemie ist neu. Okay, okay. Na dann. Achso, warte. Falsches Dingens. Komm, ich kann nicht draufklicken. Na ja, dann geht es Chemie hier. Obwohl ich ihm irgendwie... Ich frage immer, ob man irgendwie nicht Chemie feeden soll. Ich weiß nicht. Irgendwie so... Oder? Ja, ich frage einfach mal. Sehr gut, Scheiß drauf her. Schreibt gerade irgendwie nicht zurück, ja. Prinzipiell halt... Neue Net5s halt nicht feeden, aber halt irgendwie, keine Ahnung, bei Chemie hätte man vielleicht eine Ausnahme machen können. Oh, wer ist hier? Ah, fuck, ich dachte irgendwie, es ist John her. Okay, bist du neu? Hoffentlich nicht, her, dann... Ja, ist auch neu, her. Okay. Na gut. GZ zu zwei Units, die komplett useless sind momentan. Okay. Aber ich hoffe, das war es noch nicht, her. Okay, die hatten wir schon. Lightning. Okay, einen Calcano kann man nicht mehr brauchen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, die hatten wir auch. Okay, na gut. Andere Farbe hatten wir schon. Kommi, Five Star. Nein. Five Star. Nein. Five Star. Okay. Ich habe jetzt eines gezogen, hier, auf einem anderen Account, hier. Das liegt ja nicht, hier. Scheiß Trevor, hier. Ich. So, letzte Legendary. Das ist wohl die komplett unnötigste Familie, hm? Na gut, machen wir diese Möchtegern. Und dann... LD scrolls off. Okay. Schade, wenn das fünf Sterne gewesen wären, wäre es cool gewesen. Kann man wenigstens ein LD-Unit ziehen, hier? Na, scheiß, dreckig. Oh! Josefine! 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 Ist Josefine neu? Ich glaube schon, hm? Müsste irgendwo da weiter unten sein, oder? Jo, da ist Josefine. Naja. Irgendwie... keine Ahnung, hier. Jetzt sind wir zwei bei 305, aber... Pausche gegen... Pausche gegen... ...ein Sinnvolles, halt, ne? Komm, ey. Wenigstens da noch irgendwas... ...geiles, hier. Wäre schon mal geil, wenn wir ein Lightning kriegen würden. 19 LD scrolls, hier, komm. Zumindest... ...8 Lightning, sowas, oder so. Komm. Dreckspiele, hier. Wo sind meine scheiß Lightnings, hier? Alles wenigstens, hier. Alles mit fünf Sternen. Mach du scheiß Spiele, hier. Cheesy. Komm, hier. Ich schwöre weiß, wie lange das dauert, oder was das für eine Arbeit ist. Irgendwie 25 LD scrolls sammeln, dann kriegst du nichts, oder was? Ehrlich? Ehrlich? Behindertes, wirklich? Wow. Wow. Behindertes Mongo-Spiel, ohne Spaß. Okay, dann. Ich schwöre wenigstens da irgendwas, was er haben will, ne? Letzte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Ich meine, okay, jetzt haben wir halt 305 gezogen, ja? Also nicht... Naja gut, auch nicht irgendwie bei den... bei den Scrolls. 300 normale Scrolls irgendwie nix gezogen, und... ja, 17... 17 Legendaries. 2 SWs, ne? 2 SWs, ne? Naja... Pallidan, Cammy und der Monkey, he? Ja... Keine Ahnung, he? Ist echt scheiße, irgendwie. Und nix hier von den LD Scrolls. Absolut behindert, he? Größter, größter Scheiß ever, he? Ich meine, ich weiß, dass die nicht dieselbe Rate haben, wie die... die Mystic Hills, aber... Oh mein Gott, he? 25 LD Scrolls, he? Für nix, he? Musst mir überlegen, keine Ahnung, hier, oder was? Wie viele kriegst du irgendwie mittlerweile im Monat? Free-to-Play? 5 oder so? Keine Ahnung. Naja... Tut mir leid, irgendwie auf jeden Fall. Ich hoffe irgendwie, dass er trotzdem irgendwie Freude hat mit Josephine, Cammy und dem Feuermonkey. Vielleicht kommt ja irgendwann einmal der übertriebenste Patch. Ich meine, Cammy könnte echt mal irgendwie einen Buffer tragen. Und sagen, hey, Cammy ist halt uralt, ne? Ich meine, Cammy war früher wohl geil. Hat jeder irgendwie in der Arena-Defense stehen gehabt. Aber... Ja, mittlerweile... Die kann halt einfach nix, ne? Ich meine, okay... Mittlerweile hat sie hier so... So Cooldown-Increase-Blödsinn am ersten Skill mit 20% Wahrscheinlichkeit. Absolut... Hier in Rissi kommt wahrscheinlich genau vom selben Typen, der irgendwie Perl & Strip verpasst, ja? Aber... Sonst halt macht halt einfach nix, ne? Weiß ich nicht. Da gehört irgendwas... Irgendwie gehört sie gebufft, aber gut. Und... Ja, das war's. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.